Für dieses Heft haben wir das Buch hier als Quelle benutzt und der erste Fact lautet das Palästina-Mosaik. Ich habe schwul geblinzelt. In einer Kirche über dem Altar, äh, Schleier, fertig. Der Ochselbalder ihn mit dem Gnadenbild der Maria Pox im Steffenswiener Trom. Wie ist denn Steffen? Steffan, Steffan, Steffre. Das dauert manchmal. Ich weiß, dass ich es falsch sage. Hier seht ihr eines der fünf Space Shuttle, die das... Als eine Familie nach Texas zog... Du hast dann... Als eine Familie nach Texas zog? Ja, sag ich das sogar nicht. Als eine Familie nach... Du wolltest erst zurück machen. Das ist der Back-Shut. Backwards Bowling-Shut. Junge! Wie kann das passieren, Mann? Halt's Maul! Du hast die Seite zuerst. Du hast das eine, die hast du voll verschluckt. Bei einem Penis weg, da hast du was verschluckt. Man kann in zwei Wochen so viele Span... Span-Man. Jetzt halt das im Kopf. Ja, ja. Fuck. Ich habe jetzt nur ein Gesicht. Nein! Du siehst voll bekippt aus, wenn du sie zu sparen. So. Voll alle weinen, der so... Der Gründer der Partnerfamilie... Der Gründer der Partnerfamilie... Match.com Gary Craig, Mann. Gary fucking Craig, Mann. Gary fucking Craig, Mann. Gary fucking Craig, Mann. Uh! Coole Sketche ein. Sicher? Geh mal ein bisschen weiter nach links. Weiter. Anderes links. Weiter, 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 weiter. Weiter. Jetzt. Ja, nicht. Jährlich sterben... Jährlich sterben 500 bis 1000... Wow, warte. Jährlich sterben 500 bis 1000... Er weint. Nein. Weil so viele an Masturbation sterben. Ich könnte dir den X zu sagen. Jährlich sterben 500 bis 1000 Menschen an Masturbation. Du sagst das... Du bist schon aus dem Winken, Alter. Sag das nicht so monoton. Nicht so ernst. Was? Das ist doch kein ernstes Thema, ne? Das ist es nicht, Mann. Hallo? Die sterben. Mama? Jährlich. Jährlich sterben. Und dann als Hexsklaven an Europäern verkauft. Frau Blatt, Junge. Und dann als Hex... Ich bekomm' ein außerrika von Ffrage. Fucky. Jährlich. Ja, das ist für unsere Süddeutsche Lenden. Du darfst da nämlich nicht mit Stabschwein vergeben, sexuell. Nein, das ist für den Hintergrund. In Bakersfield, Kalifornien dürfte Sex mit Satan haben, aber nur mit Kondom. Und das nehmen wir jetzt schön rein.